Guten Morgen meine Lieben! Ich habe mir gedacht, dass ich mich heute mal zusammen mit euch fertig mache. Sorry, dass ich ein bisschen flüsterle, der Leon ist gerade eingeschlafen. Denn viele von euch haben sich das mal gewünscht, dass ich einfach mal erzähle bzw. zeige, wie ich mich schminke. Vielleicht wollt ihr euch ja zusammen mit mir zurecht machen bzw. euch die Fingernägel lackieren oder bügeln oder mir einfach zuhören. Holt euch am besten aber schon mal was zu trinken, denn ich denke, es wird ein etwas längeres Video. Ich werde das nämlich nicht schneiden, also ich versuche es und wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe mir die Haare schon mal hochgemacht und habe mir meine Feuchtigkeitsspende Tagespflege schon aufgetragen. Als nächstes trage ich mir immer meine Augenpflege auf und die versuche ich natürlich mit dem kleinen Finger bzw. mit dem Ringfinger dann einzuarbeiten, einzuklopfen, kann man das so sagen. Ja, ich habe davor meine Augenpads aufgetragen gehabt, die hatte ich jetzt schon abgenommen. Die liebe ich ja total, die suchte ich. Oh mein Gott. Hatte ich euch auch in meinem letzten Vlog erzählt. Ich habe das einfach mal hierher mitgeholt, damit ihr das sehen könnt, diese hier. Die muss ich mir jetzt auch wieder nachbestellen. Ich habe das hier auch extra mal aufgehoben, damit ihr es mir auch wirklich glaubt. Ich liebe das wie gesagt total, dieses Produkt und das kann jetzt weg. Ansonsten habe ich vor ein paar Tagen eine Maske drauf gemalt. Da bin ich erst total erschrocken, denn ja, die hat eine besondere Wirkung und zwar ist es eine Bubble Mask gewesen. Und die macht natürlich einiges mit dem Gesicht und dann hat auch noch der Postbote geklingelt. Und diese Bubble Mask, also ja, es wird dann total viel so im Gesicht und da wird sich auch gedacht haben, oh mein Gott. Aber ich glaube, Postboten müssen an sich einiges ertragen und sehen, früh am Morgen. Aber gut, er ist es gewohnt, sagen wir es mal so. Außerdem ist er total nett. Ein Lob an alle Postboten da draußen, vor allen Dingen jetzt zu dieser Jahreszeit. Die haben wirklich einen richtig heftigen Job. So, die Augenpflege ist jetzt schön hier am Einwirken. Deswegen habe ich ein bisschen mit euch gequatscht. Als nächstes trage ich mir noch einen Korrektor auf. Diesen hier von Becker. So, sieht das Produkt aus. Aber ich kann euch gerne mal alles unten in der Infobox verlinken, von dem ich jetzt heute spreche, damit ihr dann nicht so lange danach suchen müsst. Aber die Augenringe sind da. Definitiv. Wenig Schlaf und so mit Baby. Wobei, es ist ja jetzt kein Baby mehr, ne? Also, der Liam ist jetzt ein Kleinkind. Er hatte ja Geburtstag am Sonntag. Und das war so aufregend. Wir haben aber nicht groß gefeiert. Ganz im Gegenteil. Wir haben sehr, sehr klein gefeiert. Das war mir sehr wichtig. Und ich habe den Tag total genossen. Ich war sehr melancholisch. Und das war trotzdem total schön. Ich habe ein paar kleine Sequenzen gefilmt. Mal schauen, ob ich euch das dann irgendwie irgendwann noch online stellen werde. Da sind übrigens noch die Luftballons. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Da wahrscheinlich spiegeln sie sich. Und wir... Also, ich kann euch ja mal ein bisschen was erzählen. Und zwar sind wir essen gewesen in dem Lokal, in dem wir auch die Taufe gefeiert haben. Also, das habe ich mir halt gewünscht, ne? Dass wir essen gehen. Dass ich hier nichts kochen muss. Und, ja, das war natürlich richtig schön. Also, das ist ein Sternekoch. Und es ist halt richtig lecker. Aber es ist schon was sehr Besonderes. Denn, ja, Sternekoch sagt es schon. Es ist sehr teuer. Aber, wie gesagt, sehr, sehr lecker. Und ich habe auch keinen Kuchen gebacken. Denn ich bin nicht so der Pro, was Backen betrifft. Also, Plätzchen und so geht gerade. Aber, also, ich kann auch Kuchen backen. Aber ich mache es nicht so gerne. Und so eine Torte hätte ich nicht hinbekommen. Und deswegen habe ich eine bestellt. Also, die ist wunderschön geworden. Und, ja, dann haben wir eben Kuchen gegessen. Meine Freundin ist gekommen. Meine Schwester konnte leider nicht kommen. Mein Bruder auch nicht. Da war ziemlich viel los im Restaurant. Und deshalb, ja, waren wir eben im kleinen Kreis. Also, wir und meine Freundin. Dann später kam noch ihr Freund. Ja, wir sind ja allein schon sieben Personen. So viel zum kleinen Rahmen. Der Max hat die Geschenke ausgepackt. Das hat er übernommen. Aber ich muss auch dazu sagen, der Liam hat nicht viel bekommen. Das war mir auch sehr wichtig. Denn so kleine Kinder verstehen das auch noch gar nicht. Er hat auch nichts zum Nikolaus bekommen. Rabenmutter. Ja, aber er hat hier einiges. Und das reicht definitiv. Zumal sich so kleine Kinder auch mit Schüsseln beschäftigen und Deckel in der Küche. Wenn du dem Liam eine Plastikflasche in die Hand gibst mit Deckel, dann ist er beschäftigt. Und, ja, das, wie gesagt, deswegen war mir das wichtig, dass er eben nicht überhäuft wird. Zumal jetzt auch noch Weihnachten vor der Tür steht. Ja, und ansonsten läuft der Liam ja jetzt auch schon ganz fleißig hier durch die Gegend. Der ist mächtig stolz. Und das ging jetzt auch richtig, richtig schnell. Aber die Fortschritte gerade im ersten Jahr sind natürlich der absolute Wahnsinn. Also es geht halt super schnell. Und, ja, aber da sind halt alle richtig, richtig stolz, ne, wenn er dann wieder was Neues kann. Den Sponge dürfte ich auch mal waschen, ne. Mein Gott, was ich euch heute zeige, ne, der Wahnsinn. Ich habe auch ein bisschen zu viel Foundation genommen. Oh, der Liam ist wach. Ja, ich habe zu viel Foundation genommen. Den mache ich mir jetzt gleich ab. Ich möchte ja nicht so maskenhaft aussehen. So, jetzt hier ein bisschen von dem Baking Powder von der Tara. Also reden und schminken ist gerade ein bisschen schwierig. Ich mache mir das mal eben ab und dann bin ich gleich wieder da. Ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr habt euch was zu trinken geholt. Denn, ähm, ich glaube, ich habe es schon dazu gesagt. Das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger. So, gut. Mit dem Übrigen, also das fege ich nicht einfach nur so weg. Weil, das nehme ich dann noch so für mein Gesicht und schmattiere es. Denn so im Laufe des Tages, ja, glänzt man dann doch ein bisschen. Und ich pudere mich nie nach. Also nie. Auch ganz selten, dass ich dann nochmal an Spiegel gehe und irgendwas nachbesser ist. Seitdem, ich hätte irgendwie einen wichtigen Termin oder so. Aber nicht mal dann. Auch nicht, wenn ich dann auf die Arbeit fahre abends. Das, ja, so wie ich halt aussehe, sehe ich aus, ne. So, Pech gehabt. Erzählt mal. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft habt. Also das würde mich echt interessieren. Seid ihr eigentlich mehr so die Online-Shopper oder geht ihr dann in die Stadt, ins Getümmel beziehungsweise auf den Weihnachtsmarkt. Wie ist das für euch? Erzählt mal. Das interessiert mich. Also ich habe noch nicht alle Weihnachtsgeschenke. Ganz im Gegenteil. Ja, und Weihnachtsmarkt bin ich jetzt auch nicht so der Typ. Wir waren jetzt zwar am Samstag mal in der Stadt. Und da sind wir eben zufällig über den Weihnachtsmarkt gelaufen. Aber nur ganz kurz. Also es war unglaublich viel los. Und das ist nicht so meins. Also wir trinken ja auch kein Glühwein. Und ja, auch kein Kinderpunsch oder so. Und dann mit dem Kinderwagen. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Aber so die Atmosphäre ist schon total schön. Alle stehen so zusammen und erzählen und sind fröhlich. Ja, das ist eigentlich schon echt schön. Und die ganzen Lichter. Das gefällt mir schon sehr gut. Aber wie gesagt, wir sind ja jetzt nicht so, dass wir uns verabreden mit Freunden und dann auf den Weihnachtsmarkt fahren. Ja, das machen wir leider nicht. Aber ihr könnt mir sehr gerne mal erzählen, wie das bei euch so ist. Und zu den Weihnachtsgeschenken, wie gesagt. Also der Luki, dem habe ich das jetzt am Wochenende bestellt, sein Geschenk. Da war er auch dabei. Die Kinder, die können das ja jetzt schon selbst mittlerweile. Die sagen auch, was sie gerne möchten. Und der Max, der hat sich einiges an Klamotten bestellt. Also zu viel, meiner Meinung nach. Also und der Alessandro, der wollte zwei Pullis. Vom Riede. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist dieser junge Mann, der auf YouTube Videos dreht und in Schwimmbädern quasi seine Stunts zeigt und so weiter. Den haben wir ja auch mal getroffen in Frankfurt. Da war der Alessandro ganz, ganz glücklich. Ja, von dem hat er sich zwei Pullis gewünscht. Also den Merch von ihm. Und der Moritz, ich weiß gar nicht, was der Moritz sich wünscht. Und der Liam wird, keine Ahnung, was bekommen. Das weiß ich auch noch nicht. Wie gesagt, er hatte ja jetzt erst Geburtstag. Dazu hatten mich auch viele gefragt, was er denn geschenkt bekommen hat. Ich wollte euch eigentlich ein Video dazu drehen. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, er hat so wenig bekommen. Es wird ein sehr kurzes Video. Aber ich kann es euch gerne abdrehen, wenn euch das interessiert. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, zu quatschen und sich zu schminken. Das müsst ihr echt mal probieren. Es ist einfacher für euch, zuzuschauen. Ja, und für Weihnachten haben wir eigentlich soweit nichts Großartiges geplant. Meine Mama wird leider nicht kommen. Sie möchte gern bei Papa bleiben. Also ich habe ihr das versucht auch zu erklären, dass es der Papa sicher nicht so gewollt hätte und auch nicht merkt, ob sie da jetzt am Friedhof ist oder nicht. Aber ich meine, ich kann das natürlich verstehen. Meine Eltern waren jetzt 42 Jahre zusammen. Und das wird ein sehr hartes Weihnachtsfest natürlich. Aber natürlich nicht nur für meine Mama. Auch für uns. Aber natürlich überwiegend für sie. Ganz klar. Also, wie gesagt, 42 Jahre. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. So, jetzt suche ich gerade meinen Augenfreundstift. Der ist dahinter gerollt. Moment. So, da ist er übrigens. Ja, also wie gesagt, das Weihnachtsfest wird definitiv komplett anders. Natürlich auch sehr traurig, denn Papa fehlt unglaublich doll. Also allen. Und wir sind ja meistens an Weihnachten nach Italien gefahren. Letztes Jahr jetzt nicht. Klar, der Liam ist ja Anfang Dezember auf die Welt gekommen. Das ging natürlich nicht. Und das Jahr davor waren wir in Italien, haben auch schöne Bilder gemacht. Das war eine schöne Erinnerung. Ich meine, ich hätte auch in einem Blog gezeigt, wie es gewesen ist. Mein Papa hat ja mit den Jungs so gern Karten gespielt. Natürlich um Geld, ganz klar, die Italiener. Und Tombola haben wir immer gespielt zusammen. Und ja, wie gesagt, das wird jetzt dieses Jahr alles fehlen. Das ist sehr, sehr traurig. Ich hatte euch ja auch schon erzählt, dass ich euch ein Video abgedreht habe. Im Juli war das schon. Und ich schaffe es einfach nicht, dieses Video zu schneiden. Und ja, da habe ich euch erzählt, wie das eben in Italien war. Und ich schaffe es nicht. Und jetzt zur Weihnachtszeit, finde ich, ist es auch nicht so schön, das online zu stellen. Zumal es auch sehr, sehr lang geht. Ich glaube, eine halbe Stunde habe ich erzählt. Und es ist aber, glaube ich, schon auch eine Hilfe für die, die auch einen lieben Menschen verloren haben beziehungsweise ihn begleitet haben beim Sterben. Ja, und deswegen habe ich es auch abgedreht. Also das war so meine Intention. Das ist was für die ist, die eben das leider auch so miterleben mussten. Ja, naja, traurig, traurig, traurig. Sprechen wir über andere Sachen? Ja, über was sprechen wir? Über die Arbeit, die ich hier habe? Nein, das interessiert auch keinen Menschen. Es ist schon viel natürlich, aber es ist alles machbar. Ich war jetzt vor kurzem auch bei einem Event. Der Liam war dabei und es war auch sehr, sehr schön. er war im Hotelzimmer zusammen mit meiner Freundin. Ich muss sagen, dass ich Blut und Wasser geschwitzt habe. Also das war für mich sehr, sehr schwierig. Das war ja das erste Mal dann ohne den Liam und ich konnte mich auch nicht zu 100% auf das Event konzentrieren. Gebe ich auch zu. Moment, ich trage mir mal kurz meinen Kajal auf und dann sehen wir uns gleich wieder, denn das ist ein bisschen schwierig mit Sprechen und Auftragen. So. Das geht dann doch tatsächlich besser, wenn man nicht dabei spricht. Also ich schaffe das nur so, ohne dabei zu sprechen. Jetzt trage ich mir noch Mascara auf und das war es eigentlich schon. Also ich brauche tatsächlich, wenn ich alleine bin, fünf Minuten. Ja, nicht mal fünf Minuten. Das geht ganz, ganz schnell. Meistens ist der Liam auch dabei und dann lege ich ihm immer die ganzen Sachen hin. Da ist er erst mal beschäftigt und ich kann mich dann ganz, ganz schnell, wie gesagt, fertig machen. Ja, also kein großes Hexenwerk, wie man sehen kann. Dafür habe ich einfach auch keine Zeit, aber so ein bisschen recht machen möchte ich mich dann schon. Ja. Genau. So, jetzt noch ein bisschen Leben steckt, aber nur für euch, für die Kamera. Zu Hause mache ich mir den nicht drauf, sehr klar. Nur, wenn ich dann eben rausgehe. mag ich super gerne. Ich finde, der ist sehr passend für diese Jahreszeit, aber quatschen und Limmelstift auftragen geht jetzt auch nicht. Moment. So, und dann bin ich schon fertig. Ja, wie gesagt, ich brauche morgens wirklich maximal fünf bis zehn Minuten und der Liam ist dabei. Meistens. Jetzt hat es aber ganz gut gepasst, dass er eben eingeschlafen ist und deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme euch mit dazu. Ich hoffe, ihr freut euch. Sorry, dass es vielleicht ein bisschen durcheinander war. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen freue ich mich über euer Feedback. Also erzählt mir ruhig ein bisschen was, also was ihr natürlich möchtet und wenn ihr sagt, nee, also möchte ich jetzt nicht erzählen, also gar kein Problem. Ich finde es halt so schön, den Austausch, wenn ich auch ein bisschen was von euch erfahre. Ganz klar, ihr wisst ja so einiges von mir beziehungsweise von uns und da ist es eben für mich auch mal schön, eure Sicht zu lesen beziehungsweise, wenn ihr mir eure Storys erzählt. Ich lese das tatsächlich auch alles durch. Ich schaffe es nicht immer komplett zu antworten, also Herzchen verteile ich auf jeden Fall, aber in der Nacht schaue ich schon immer drüber. Ihr wisst ja, ich bin so eine Nachteule. Und so, da lese ich mir, wie gesagt, alles durch und ich freue mich immer über euer Feedback, wirklich immer. Und auch wenn es konstruktive Kritik ist, so wie es letzte Mal, es fand ich sehr, sehr gut, dass die Abonnentin mir das geschrieben hat und zwar ging es um Instagram, dass sie das doof findet, wenn man sagt, ja, das habe ich euch ja schon auf Instagram gezeigt, denn sie nutzt kein Instagram, sie möchte sich dort auch nicht anmelden und dann verpasst sie so für sich, sagt sie, sie verpasst dann halt immer das, was ich da zeige und sie kommt da nicht so richtig mit. Und plötzlich habe ich mir gedacht, ja, da hat sie eigentlich total recht. Also finde ich gut, dass sie mir das geschrieben hat und dann kamen eben auch einige dazu, die das auch geschrieben haben und deshalb werde ich das ändern und da freue ich mich natürlich, wenn ich so ein Feedback bekomme und das jetzt eben anders und dann eben besser machen kann. Ja, so jetzt als Beispiel. Und ja, danke auch für euer Feedback zu meinen Haaren. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass da so viele Kommentare kommen und so viele Komplimente. Ich bin noch nicht zu 100% zufrieden mit der Farbe, aber wer hätte es jemals gedacht, dass ich meine Haare so kurz schneiden lasse von, ich weiß ja, wie lange meine Haare waren und dass ich auch noch die Farbe ändere. Also der absolute Wahnsinn, ja. So ändern sich halt die Zeiten und die Geschmäcker und deshalb auch hier nochmal vielen, vielen Dank. Ich muss tatsächlich wieder zum Friseur und meinen Ansatz färben. Oh mein Gott, sieht echt schrecklich aus. Aber da hilft mir immer mein L'Oreal Retouch. Habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und ja, jetzt würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Sorry, wie gesagt, wenn es ein bisschen durcheinander war. Es war jetzt mal ein bisschen ein anderes Video, ein Labervideo. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich schulde euch auch noch ein Question and Answer. Das habe ich leider auch noch nicht geschafft. Das ist auch schon eine Weile her. Aber ihr wisst ja, was dazwischen passiert ist und habt da mit Sicherheit Verständnis, dass ich da jetzt nicht so die Kamera raushole und irgendwelche lustigen Fragen beantworte. Also ich versuche euch natürlich immer mitzunehmen, aber ihr seid natürlich nur einen ganz kleinen Teil meines Lebens oder meines Tages mit dabei. und ja, wenn ich es aber schaffe, wenn der Liam eine gute Betreuung hat, so wie gerade, seine Brüder passen gerade auf, dann drehe ich euch das natürlich sehr, sehr gerne ab. Und jetzt hole ich meine Brille, damit ich ein bisschen was sehe. Ich verlinke euch natürlich alle Produkte unten in der Infobox, damit ihr nicht lange danach suchen müsst. Wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, keine Sorge, keine Produktplatzierung und ja, einfach nur für euch, damit ihr da einfach nicht lange suchen müsst beziehungsweise für die, die es eben interessiert, welche Produkte ich verwende. So meine Lieben, jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Ich habe jetzt genug gequatscht. Genießt auf jeden Fall Weihnachten mit euren Lieben. Wir sehen uns auf jeden Fall vorher noch. Ich habe noch ein paar Videos, die ich euch gerne online schicken möchte. Aber wie gesagt, genießt die Vorweihnachtszeit, macht das Beste draus und ja, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.